Achtet jetzt nicht auf mich, lasst mich gleich hinten. Liebe Leute, liebe Leute, wir kriegen... So, das Wasser, was du gerade getrunken hast. Wie ist es? Was hat der Neuner? Nichts! Nichts! Lass mich in Ruhe! Schau, wie schön. Was? Was? Ich muss schau. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen bei Roman am Berg. So, hinter mir steht das Auto vom Schmidhaus. Da sind wir jetzt die ersten 800 Höhenmeter aufgegangen. Und heute geht es auf einen sogenannten Frauenreiter aus. Auf das Soilek, was sich hinter mir schon aufbäumt. Ich bin heute ganz allein. Ich bin noch ein bisschen früher da jetzt. Jetzt kommen gleich noch die nächsten Kämpfer. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß und schöne Eindrücke. Und jetzt nehmen wir euch mit auf die Tour. Und jetzt warte ich noch kurz auf meine Mitstreiter. So, und der erste ist jetzt angekommen. Der, wie heißt der? Helfried. Ja. Und dem geht es eigentlich noch super. Ja. Und jetzt kommen noch ein noch zwei alt bekannter Kämpfer. Da vorne steht der Martin und der Luki. Den haben wir schon von Mittagsvogel kennen. Haben sich jetzt auch da aufgekämpft. Und jetzt werden wir kurz bei der Hütte da was essen. Uns ein bisschen stärken. 2, 3 Zigaretten rauchen, 5, 6 Bier trinken. Und dann geht es rauf. Also, dann viel Spaß beim Mitkommen. Ganz schön bei der Hütte da. Vor uns der Rösnersee. Der Martin und der Luki haben Badesachen mit. Wunderschön. Da oben. Komm rein. Ja na oben. Ja na oben. I Internめて. ... wie... w ... So, weil er jetzt unbedingt noch vor der Kamera stehen will und weil es ihm gerade so gut geht, weil er sich jetzt so gestärkt hat. Willkommen bei Roman am Berg und Martin geht mit am Berg. Und wie geht es dem Martin heute? Sehr gut. Wie ist es früher gegangen? Ganz schlecht. Wie wird es dem Martin in Zukunft gehen? Auf jeden Fall besser. Besser. Also schauen wir, weil jetzt haben wir die ersten 800 Töne mit dahinter und 800 haben wir noch vor uns. Ja, das heißt die Hälfte. 50 Prozent. Also, ich bin sehr zuversichtlich mit den neuen Schuhen. Den Link gibt sie nachher in der Beschreibung. Das muss er auch tun. Und ich habe wieder einen Haufen für die Blue Pass. Und wir gehen nachher baden da. Wir gehen dann baden. Das werde ich auf jeden Fall filmen. Habt ihr es alle gehört? Das kommt auf jeden Fall ins Video, wenn er nicht baden wird. Wenn er nicht geht, kommt der Reverse. Wir kommen und gehen baden. Und jetzt gehen wir auf den Berg. So, mit Roman am Berg und Martin geht mit. doch so. Untertitelung des ZDF, 2020 Eumuts-Wiesen-Wanderung Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ich glaube jetzt kommt das lustige Gelände Leute, jetzt kommt das lustige Gelände Schaut es auch mal So, jetzt sehen wir schon fast bis zum Auto Die Mitstreiter kommen auch schon nach Und wir gehen jetzt weiter da rauf Noch 500 Höhenmeter Und wenn man sich fragt, wie die ganzen Markierungen zustande kommen Schalten wir einfach einmal da rein Wenn die Leute das Werkzeug liegen lassen Aber wenigstens ist der Weg schön markiert Jetzt haben wir es nicht mehr weit bis zur Abzweigung So, einen ganzen Hafen Stammwein Das sieht man da oben eins Unter ganz viele sind wir schon vorbeigekommen So Und da geht es jetzt ein bisschen über die Plottendorfe Schaut wie schön das ist Herrliches Gelände zum Gehen ist das Super geil Und dieser Grat da oben, der kommt uns immer näher Die freie mich schon Die freie mich schon so richtig Bis zum nächsten Mal Achtet jetzt nicht auf mich Lasst mich gleich hinten Wichtig ist, dass ihr uns zurückkommt So Dass der Lukas den Skitler greizigt Leute, schreibt mir bitte einen Kommentar Ob wir den Martin zurücklassen sollen oder nicht Wenn noch bei der Wasserstelle unten Habe ich nicht genug Wasser Ich lebe bei dir, da sitze ich noch nicht Ich habe wirklich keine Scheiße rein, wenn ich das Wasser finde Also wir machen jetzt einen YouTube Vote Das ist natürlich ein Livestream Ob der Martin jetzt zurückbleibt oder nicht So Der Martin nimmt jetzt Anlauf und springt da rein So Das Wasser, was du gerade getrunken hast unten Da habe ich gerade reingeschieft Und da kommt nämlich das Wasser, was wir vier gedankt haben Ja Ich habe da gerade reingeschieft Ich habe da gerade reingeschieft Wir gehen jetzt trotzdem weiter Ich lasse mal die zwei zurück und gehen Schau was das für geäles Gelände ist Was ist da hin? Das schaut ja Hammer aus Leute, jetzt kommt es Der Martin hat sich früh rauf gekriegt Dass er noch keine gelbe Tafel gesehen hat Dafür haben wir sie jetzt Da 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 Für den Klettersteig Aber da gehen wir jetzt nicht Keine Ahnung wo der da rauf geht Müsste ich mir mal anschauen Wir gehen da hinten rum Die ist schon gut Die ist schon gut Jetzt schaut euch einmal Diese Stammhandel an Das sind ja schon Kunstwerke Das ist eine richtig geile Scheiße Ja, und was weiteres cooles So kann man sich ein drittmal Stein abbauen Was den Leuten alles auffällt Bleiben wir einfach rum anrufen Schöne Nachtruhe Schöne Nachtruhe Schöne Nachtruhe Mittlerweile sehen wir den See auch schon wieder da unten Mittlerweile sehen wir den See auch schon wieder da unten Und schon viel mehr vom Tal Wo wir drüber aufhören Da hinten kommt auch der Ankogel Also da in den Ecken Es gibt schon wieder so eine Standardtreppe Coole Sache Coole Sache Oh mein Gott Wir haben ein Schneefeld vor uns Wie wundert das nicht mehr sein Liebe Leute Liebe Leute Wir kriegen Die Demonstration von unseren zwei Experten Was man macht wenn man in den Schneefeld abfährt So Hilfe verloren Oh Hilfe Und aufstellen Ja genau Siehst Und man bremst Sofort auf den Bauch legen Und dagegen stehen wir Ich meinst du, ich dachte Hahahaha Mhm Huuuuh Hahahaha Huuuh Huuuh Halt H яв Hää Hja Haja Tier HÁ Ja, das ist... Ah! Ah! Ja... ich glaube, wir müssen da rauf so, da oben, Ziel in Sicht Tiefelkreuz die Kämpfer kommen auch so, da ist noch eine Borddose vom Streich ja, die ist voll die ist voll unten habe ich Pinsel und Hansch gesehen boah geil Entschuldige was ist das da? ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht die Hochhalmspitzen das ist ja auch von oben da unten ist ja hinten schon ja, da unten und von der anderen Seite kannst du auch das ist voll das ist voll eine Hammergeile Aussicht da ja, ja Wahnsinn allein für das hat sich sowas gezahlt Lätteln allein für das hat sich alles gezahlt ja, die Kämpfer kommen, die Kämpfer ja, das ist ja alles gerade Thema ja, ja ich hoffe, wie nix du kannst sogar rückwärts aufregen, wenn ich will der Luki wird uns jetzt demonstrieren, wie er rückwärts aufregeht ja das ist besser für deine Blasen ja, stimmt, das ist eigentlich eine Antiblasentaktik und die Blasentaktik so jetzt dann sind wir da ich glaube, ich sehe, wenn wir das Blattball da gerade durch Zirkma steigen und Hochhalmspitzen schauen können so ist das schön da da sind wir Schlaufer so so jetzt ist da oben der Gipfel wir sind umgekommen wir sind jetzt da leicht obseits vom Weg da her gekraxelt naja, heute kommen wir da unten noch und jetzt geht's gegen den Gipfel jetzt freue ich mich aber echt schon hier auf den Ausblick wow, schaut euch das am Rock Wahnsinn so ein Wahnsinn ist das Wahnsinn so ein Wahnsinn ist das bei der es sind hier und es ist die 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 der in die die dann Musik Da drängen sie sich hin. Bist du teppert? Ja, ich schlau. Ich trage eine offene Tür an so eine Ecke. Das ist auch immer so. Liebe Leute, unsere Kämpfer haben es geschafft, Schatz. Ich habe ein bisschen geklettert vom Ast. High five. Nummer eins. Nummer zwei. Ich schaue nicht. 7 Stunden 95. Und Nummer drei. So. Bergheil. Und ich habe nur minimal auf sie warten müssen, aber es ist gegangen. Der liebe Martin wird uns jetzt noch einmal kurz sagen, wie es ihm heute so ergangen ist. So, Martin dazu. Da unten hat mich eh schon am Hut verlassen. Ist aber auch nicht so schlimm gewesen. Weil Auffahr geschafft habe ich es jetzt trotzdem. Ja. Vorbei der letzte hier oben. Genau. Wir freuen uns auf das Hinunterstolpern. Auf alle Fälle. Also wir nehmen jetzt Anlauf und wir rollen auch relativ gut. Also das wird schon ganz schnell da rauf gehen. Brabe. Der letzte. Drahen Sie sich um? Nein, rein mich nicht um. Was hat der neue nach unten? Nichts. Was hat der neue nach unten? Nichts. Lass mich nur. Schau, wie schön. Was? Warte, ich muss schauen. Nein. Nein. Das geht echt nicht. Das geht. Das feier geht doch herum nicht. Das feier geht doch herum nicht. Raucherprobleme auf 3000 Meter Höhe. Das ist der Luftdruck da herum. Der Luftdruck. Der ist so gering. Da funktioniert kein Feuer. Da ist kein Sauerstoff. Das kann ja nicht brennen. Oder weil es ein Wind geht. So liebe Leute, ein letzter Rundblick. Und jetzt haben wir uns dazu entschlossen runter zu gehen. Das sieht man schon. Von den ganzen Leuten da rauf gekommen. Da wird es uns jetzt auch runter rollen. Es wird jetzt ein ziemlich anstrengender Abstieg. Ein bisschen runter durch die Schneefelder und so. Wird der Spaß, wir ja noch ein bisschen filmen. So fern der Akku und die SD-Karte noch herhalten. Schnee, grö, lustig. Und nach unten geht es da auch. Dann geht's mal runter. Ah, der Ende hat. Ich zeige mal. Sollte Das ist aber zu langsam Ich mag nicht absiffeln Ich stehe noch in die Felsen rein Von der Seite, da sind wir früh runtergekommen Da sind wir runter und jetzt gehen wir den Rundweg Da wo man unten die Leute gehen sieht, wieder zurück Dann kommen wir auf der anderen Seite vom See wieder raus So was taugt mir voll Ich finde das so geil Der Gipfel ist schon in der Elterferne Da haben uns Leute Zeichen hinterlassen da vorne So Liebe Leute, nach dem ganzen Abstieg Wo sie sich noch runterkämpfen Sehen wir da unten schon wieder die Hütten und den See Jetzt gehen wir noch da rund um die Kurven runter Durch das Schotterkord da unten Da schlängelt sich der Weg nachher auf die andere Seite wieder zurück Wir sehen uns dann unten auf ein kühles, blondes, alkoholfreies So Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.